Und hier das vorläufige Ergebnis für Fürst Tarnow und Juliane Brunkhorst. Bei E 71%, bei H 71,5%, bei C 70,1%, bei M 67%, bei B 69,1%, total 69,74%. Meine Damen und Herren, die nächste Halterin im Preis der Lieselott und Klaus-Rheinberger-Stiftung war Mannschafts-Europameisterin und Mannschafts-Weltmeisterin. Sie ist aktuell Mitglied des ARK, das Dressur, in Deutschland. Sie sitzt im Sattel des 17-jährigen Oldenburger Wallachs, Qui Vincit Dünames, ein Sohn des Quattro B, aus einer Kalypse-Mutter, aus Deutschland, from Germany, Fabienne Lütkemeyer. Umm technological, wie Art, in der Straße das schon Dlexik. Da hat sich die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit und Sattel wurden über des Boltonbereich zuglangen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.